Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. IW meldet starken Anstieg der Wirtschaftskriminalität. Explosion der Wirtschaftskriminalität. IW meldet dramatischen Anstieg. Explosion der Wirtschaftskriminalität. IW meldet dramatischen Anstieg. Von Anita Farke, Veröffentlichungsdatum 02.04.2024. In einer alarmierenden Entwicklung meldet das Institut der deutschen Wirtschaft, IW, einen starken Anstieg der Wirtschaftskriminalität. Trotz bedeutender Bemühungen der Behörden, diesen Trend einzudämmen, weisen die jüngsten Daten auf eine Eskalation der Problematik hin. Daten und Fakten. Entgegen den Erwartungen, dass strengere Regulierungsmaßnahmen und der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Betrugsprävention die Wirtschaftskriminalität eindämmen würden, meldet das IW einen erheblichen Anstieg der Fälle. Die genauen Zahlen hat das IW bislang nicht veröffentlicht. Allerdings ist von einem markanten Sprung die Rede. Betriebseffekte. Dieser Anstieg wirkt sich katastrophal auf die Wirtschaft und das Verbrauchervertrauen aus. Unternehmen kämpfen mit Imageverlusten und finanziellen Belastungen, während das Vertrauen in der Bevölkerung bezüglich ethischem Geschäftsgebaren sinkt. Krise als Beschleuniger. Experten vermuten, dass die gegenwärtigen ökonomischen Instabilitäten und Unsicherheiten, die durch die weltweite Gesundheitskrise verursacht wurden, möglicherweise zu dem beunruhigenden Anstieg der Wirtschaftskriminalität beigetragen haben. Ausblick. Angesichts der besorgniserregenden Zahlen fordern Experten und Politiker stärkere Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. Neue Technologien, verbesserte interne Kontrollmechanismen und eine engere Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik und Strafverfolgungsbehörden könnten Wege sein, um die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskriminalität zu minimieren. Quellen, Institut der deutschen Wirtschaft Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.